Kommen wir das alte Fegelschiff, das jetzt kommt in der Himmelhege. Laut Meldungen aus der Gegend empfindet sich dieses Schiff um jeden Fall ein weiteres Mal. Und jetzt, ob ihr es glaubt oder nicht, müsst ihr euren Blick noch weiter hinauf gen Himmelhege. Ihr habt es hier gehört. Früher hatte ich Angst vor Supermutanten, aber dieses Mal haben wir ihnen eine Lektion erteilt. hier draußen muss man sich von tag zu tag ehrlicher eislandwirtschaft kann